hey da was geht ab leute team bubblt hier heute mit einem weiteren video unserer ultimate guard review serie plus gewinnspiel falls ihr gut aufpasst und heute haben wir unseren anwerber den praktikanten mit dem playmate review also danke vielen dank ultimate guard für die matte wir freuen uns sehr über diesen preis hier seht ihr immer die verpackung blau farbe wenn ich komme zwei millimeter extra fix nochmal verschiedene sprachen dann machen wir sie mal auf dann sehen wir hier einmal die matte in dunkelblau nicht zum vergleich sehen wir noch mal einen pink und ist sehr schön hochwertig was für den stoff kann ich etwas sagen aber sie fühlt sich sehr schön an wirklich dann schauen wir mal mit den karten die karten glätten auch echt schön drauf muss man schon sagen hier der unterenrand sieht man auch noch ist sehr rutschfest haben wir auch getestet wird es sehr gut wird sehr gut dann dann was auch noch wichtig zu sagen ist dass das knickfest als wir auch das haben wir auch getestet weil ja viele viele packen sie einfach irgendwie in die in die tasche ein oder wollen sie ein oder knicken sie und da fand ich das auch sehr wichtig dass sie klick fest ist ist sie auch nicht sehr gut ja dann sehe ich hier einmal die matte an sich unten rechts das logo zu sehen von ultimate cards drauf gedrückt fühlt sich auch sehr gut an und ja dann in dem katalog zu sehen dass das heutige wort ist und ja und dann in dem katalog werden auch noch mal die matte vorgestellt die gibt es in verschiedenen farben und hier sieht hier sind einige farben ausgestellt dann hier noch mal eine mit einem ultimate card logo dann gibt es noch verschiedene verschiedene matten durch einmal sieht man hier so mit dem mystic space motiv ja motiv ist auch noch größer also für ja nicht unbedingt man kann die auch für andere zwecke dann benutzen das finde ich auch noch mal sehr gut denn die matte sind auch sehr hochwertig alle und ja das ist auf jeden fall eine gute matte check die auf jeden fall mal ab link und informationen zu ultimate card sind wie immer unten in der beschreibung und ansonsten check die anderen videos ab damit ihr alle wörter für das gewinnspiel herausfindet wird auch alles unten in der beschreibung sein ansonsten wie immer liken subscriben kommentieren checkt ultimate card ab nochmal danke an die und leidet nicht so viel bis jetzt Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab, ansonsten Like und Describe unten, kommentiert alles wenn ihr wollt, checkt unsere anderen Sponsoren noch ab, unsere Facebook-Site wird auch immer neu aufgefrischt, ansonsten leidet es nicht.